so meine lieben ich mach mal kurz ein youtube video ich zeig euch mal wie man eine panzerfolie oder ein panzerglas an einem handy anbringt ohne bläschen ohne mackeln und ohne probleme so erstens nimmst du einen schönen lappen am besten nimmst du den hier das ist echt ein zaubertuch was hat handy mal schön sauber vorne und hinten dann nimmst du dir eine unterlage nix das handy schön da drauf damit das nicht so rutscht so da ist unsere panzerfolie von action einfach das billigste vom billigsten 2,60 euro da muss man nicht im flohmarkt nehmen die sogar mittlerweile 10 euro und dann sagen die noch komm ich bringe das noch an also folie die 2,60 euro kostet da muss man keine 10 euro für bezahlen dann mache ich mal hier auf so haben die aber echt krass hier dran geklebt so wichtig ist auch die hände vorher zu waschen so jetzt so machen wir auf so dann hier sind zwei tücher drin benutzen wir die sicherheitshalber auch noch ja hier die grünen grüne ist feucht hier ein zeug drauf einmal abwischen machen wir das mal zack 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 am besten schnell wie möglich bevor das hier trocknet bevor das feuchte hier von alleine trocknet trocknest du das lieber selber mit einem tuch schnell ab da lass auch keine flecken drauf wichtig statt hier alles top sauber ist tipptopp gehen wir noch einmal drüber so gut mein video dauert lange geht nicht so schnell wie bei den anderen aber dafür zeige ich euch das jetzt mal ganz vernünftig wie sowas punkt so wenn ihr das gemacht habt dann sind wir schon fast hiermit fertig nehmt ihr die folie oder das panzer glas so vorher nicht dabei spucken aber einmal pusten weil da kommt ganz schnell wieder staub drauf so dann gucken wir mal hier vorher mal wie das ungefähr sein wird so so wird das drauf kommen das machen wir dann jetzt mal einmal noch mal mit dem trockenen hier rüber gehen vorher kurz vorher noch mal pusten weil wenn er ganz kleiner feinstaub ist schon einmal bläschen so nehmen wir das doch hier vergleich so dann gehen wir mal los macht ihr hier die folie ab gar nicht mehr lange warten und pusten und drauf einfach drauf legen einmal hier in der mitte so ein streifen machen und schon ist das ding drauf professionell drauf ohne marken ohne luft bläschen und ohne irgendwelche staubfusseln da drin sehr wichtig also lasst euch nicht verarschen geht da nicht irgendwo und lasst das ding für 15 20 euro ich habe heute gesehen bei media markt haben die das glas hier für 24 euro nur das glas ich habe dafür heute 2 euro 60 bei action bezahlt und das ist da braucht man sich nicht da auch noch mal verarschen zu lassen nur um folie drauf zu machen so wie ihr seht tipptopp das mal so aufbissen das handy hier wir gehen mal ins licht tipptopp besser geht es einfach nicht dann wünschen wir euch einen schönen tag und ich hoffe ihr kriegt das genauso hin tschüss